Wir sind die Tönnies Holding AG. Das Unternehmen wurde ursprünglich von den Herren Gerd und Bernd Tönnies Anfang der 80er als GbR gegründet. Wir verkaufen bundesweit Kfz-Kennzeichen an den Zulassungsstellen. Im Laufe der Jahre wuchs unser Unternehmen stetig von ca. 35 Filialen im Jahre 1987 bis heute auf über 240 Filialen. Und damit sind wir dann zum zweitgrößten Schilderhersteller bundesweit geworden. Hinzu kommt, dass wir seit 1993 den Bereich Dienstleistungen für Kfz-Zulassungen abdecken, wo wir jetzt mittlerweile 35 weitere Standorte betreiben. Mit diesen 35 Standorten machen wir ca. 25% des Gesamtumsatzes. Wir bieten eine gute Entwicklungsmöglichkeit für junge Mitarbeiter an. Es gibt vielseitige Betätigungsmöglichkeiten in den Bereichen Vertrieb, Außendienst, Innendienst, Buchhaltung. Durch unsere eigene Ausbildungstätigkeit bilden wir seit Jahrzehnten unseren eigenen Nachwuchs im kaufmännischen Bereich aus. Viele Auszubildende sind nach ihrer Ausbildungszeit in unserem Unternehmen geblieben. Das zeigt eine große Bindung und Loyalität zum Unternehmen und ist somit für das Unternehmen dann auch ein großer Vorteil im Wettbewerb.